Warum hast du das gemacht? Ja, und das und den Rest, die kennt ihr ja. Und in der Videobeschreibung. Ja, ist doch okay, wenn wir das, ne? Ist doch. Ja, ist also nur Videobeschreibung. Müssen wir ja immer so lange hinziehen, wisst ihr? Alter, wir werden beschossen. Mann, nein, nein. Wir sind doch schon wieder nervös. Warum habt ihr die PXE angeballert? Ich schon einen Job, ja. Ja, machst du doch. Ja, ich wähle gerne einen Job. Was wollt ihr denn? Okay. Egal, mach hinne. Mach erstmal wieder hier Fun, Top Fun. Okay, dann machen wir das dritte Top Fun. Bei dir steht Pause am Kopf. Ja, weil ich... Also ich fand bis jetzt Top Fun, Schlitzer und Staffellauf-Typ hier. Oh, da hab ich noch richtig geile Events. Ja, ich hab... Ja, ich spiel das Spiel zum ersten Mal und ich hab überhaupt keine Ahnung, deswegen ist für mich alles neu. Ja, bin genau dasselbe. Also ich hab keine Ahnung, ich weiß nur, was hab ich bis jetzt erlebt, ich wurde überfahren, abgeknallt, von der Bestie erledigt. Von der Bestie erledigt. Genau, ich will noch vorneweg sagen, wir haben ja Livestream nebenbei, nicht wundern, wenn wir mal Kommentare vorlesen oder sowas. Und ja, wenn ihr noch Maps habt oder irgendwelche Challenges oder irgendwas, dann immer her damit. Ui, da schwitzt das Blut. Ach und wir haben apropos, wir haben apropos, äh, unter deinen, hab ich bei deinen Kommentaren gelesen, haben wir eine Challenge ja schon aufgetragen bekommen. Echt? Ja, das müssen wir aber dann Selbstmord machen. Nein, soll jeder, äh, äh, Flugzeug schnappen und in V-Formation fliegen, keine Ahnung. Und dann soll man mit Falscher abstehen. Und die Hymne singen, oder? Genau. Warum? Hast du jetzt eigentlich schon eine Einladung geschickt? Nein, ich mach's gar nicht. Oh Gott! Ich krieg ja Andauer und Einladung, wie geht das denn? So, jetzt hab ich euch alle eingeladen. Ne, von Martin und von... Und wie geht das? Äh... Handy auf. Handy auf. Handy auf und dann... Und dann gehst du auf. Job ist in der Mitte. Job ist in der Mitte. Ja. Dann müsste da... Oh, okay. Dann drück ich einfach Enter und nochmal Enter. Oh, das ist geil. Topfahren, das ist, äh, Jets gegen Propellerflugzeuge, beziehungsweise Sportflugzeuge. Und man sollte mir das tragen, oder? Okay, Noxi, dann könnt ihr aber auf... Ihr könnt aber auf Falscher gehen. Spiegel mit Tastaturhelm. Oh, Alter. So, Topfahren 3. Einem Team von Läufern am McKenzie-Flugfeld wird ein Auftrag angeboten. Es soll eine heiße Fracht zum internationalen Flughafen von Los Santos schaffen. Eine Jägergruppe in Forza Qudo wiederum hat den Auftrag, genau das mit Hilfe von Jagdflugzeugen zu verhindern. Es geht ums Ganze. Wer ausscheidet, bleibt draußen. Wenn auch nur einer der Läufer durchkommt, hat sein Team den Job geschafft. Oh, yeah. So, dann hat Chris sein Vorlesen bekommen. Weißt du, der lächelt jetzt gerade. Der sitzt davor und denkt sich, oh, so geil. Geil. Die ist so schön. Aber Noxi muss erst noch reinkommen. Letztes Mal hat er das noch geschmeidiger gemacht. Ja. Ja. Wie sieht denn aus hier wieder? Oh, ich bin wegläufer. Ja, Halloween-Aktion ist weg. Halloween-Aktion ist weg. Also, ich würde... Ich bleib Jäger. Ich bleib Jäger. Ich bin auch ein Jäger. Genau, Jäger. Ich bin auch ein Jäger. Was heißt das? Jäger sieht gut aus. Keine Ahnung. Also, Jäger ist der... Jäger ist der Jet. Jäger sind die Jets. Die müssen die Läufer jagen. Genau. Ja, die können entweder Fahrzeuge nehmen, die Läufer, oder Flugzeug auch. Ich hab keine Ahnung. Nee, in dem Fall ist es wirklich nur Flugzeug. Nein. Toll. Also, Jet gegen Flugzeug. So viele Jäger. So viele Jäger. Ich bin Läufer. Also, Onkel für dich als Erklärung. Ich hab das schon gespielt. Du kannst... Ich hab... Sorry, Helm meine ich. Ja. Genau. Mit 8, 5, 4 und 6 kannst du entsprechend steuern auf dem Num-Pad. Also, wie bei Helikopter. Was? Genau. Kann ich helfen mit B und A und S und D machen? Das kommt auch dazu. Mit WASD kannst du und mit 8, 5, 6, 4. Kannst du hoch und runter neigen und so weiter. Ah, ich hab aber... Ich bin aber gerade noch zu Fuß. Jaja, du musst jetzt in so'n Jet einsteigen. Also, kein Jet. Ich glaub so, Jäger! Warum sind die eigentlich vier Jäger? Das ist, glaub ich, ein bisschen zu ungerecht, oder? Das ist das Independence-Safe-Flugzeug. Ja, damit hat der... Der Bauer die Länder bestreut hier. Lieber noch mal die... Das Fahrwerk einfahren. Das ist mit... Achso, das weiß ich nicht. Äh, Q. Ne, G war das bei euch, genau. Ich kann nicht starten. Achso, Y dann los. Ne. Indem du aussteigst. Oh. F4. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man nochmal Waffen wechselt. Mit Viereck. Hallo, ich hab' ein Problem, wie geht ihr denn hoch? Also jetzt. Mit 5. Wie mit 5? Nein, ich bin noch oben. Ey! Also, oh! Also Leute, so macht man's nicht. Ähm, ja, bei mir scheitert die Steuerung. Schieße ist X. Ah, okay, super. Muss ich da nähen? Kann ich nicht mit der Maus hochdrücken? Äh, ja, sorry Leute, bei mir ist die Steuerung gescheitert. Wie geht's nicht? Steuerung gescheitert, was? Die Steuerung, die ich mal eingestellt hatte, die funktioniert nicht mehr. Und jetzt bin ich stumpf gegen so'n Mast geflogen. Oh, das ist gut. Das ist, äh, ja. Das erinnert mich grad an. Oh, nein! Ich bin vollidiot! Aber ich bin grad auf deinem Weg. Bist du ruhig? Bist du ruhig? Ja, wo? Oh, wie herum, Eier. Ach, da seid ihr ja. Das war wohl ein Must-Have. Vorsicht, dass ihr euch nicht gegenseitzt habt. Ein Must-Have. Geht. Äh, wie komm ich jetzt wieder rein? Also muss warten, bis jetzt. Ja, du kannst das ja. Du musst das machen. Ich bin grad auf Papa Helms, äh, Sicht. Und ich guck grad... Du kannst doch eben... Du kannst doch... Du kannst doch oben einschalten, äh, welchen Sichter haben willst. Du kannst doch mal... Ich bin grad, ähm... Okay, ich bin dein Flügelmann. Ich muss auf jeden Fall noch mal. Du machst sowas. Du musst nur vorher die Steuerung umstellen. Why did you do that? Er ist der andere Tipp. Oh, dahin kommt was. Ohhhh... Komm gar nicht an den Rand. Doch. Boah, da kommt schon die Aktion. Und das war's. Bär! 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 Ja, da musst du hoch oder runter fliegen. Ja, ja. Bär! Nee, ähm... Man muss auch sagen, das war ein bisschen unfair grade. Vier Jäger gegen... Ja, stimmt schon. ... den Rest... Also drei Gejagte. Das muss man, wenn dann, umdrehen. Oder sogar zwei Jäger und der Rest Gejagte. Ich bin gerade irgendwie stolz. Ich bin sofort abgestürzt und habe trotzdem gewonnen. Ich bin für nochmal. Ich kann nicht mitmachen. Also wir müssten, wenn dann, drei Jäger und vier Dings da. Okay, zwei Jäger reicht locker. So, was haben wir denn jetzt? Hast du auch mal was zu Fuß, Onkel? Irgendwas zu Fuß. Ich habe eine Unterholung. Hinterfuß findest du ja gar nichts. Ich bin Schlaffel auf. Es gibt ehrlich nichts, wo man sich so gegenseitig abballert oder zusammenballert. Ach, jetzt haben wir gerade unten Wiederholungen gedrückt. Ich bin für Wiederholungen. Oder Zombie oder sowas. Ich bin Jäger. Zombie. Zombie. GTA Zombie. Zombie Mode, Zombie Mode. Oh nein. Es gibt doch heute alles mit Zombies. Oder Fuddy mit Zombies und Wall of D ohne Zombies. Okay, dann würde ich sagen. Also jetzt zwei Jäger gegen Rest Gejagte. Ja, so ging es. Kann man sich eigentlich auch verteidigen als Gejagter? Da müssen aber die zwei Jäger ganz schön ranhalten, weil es darf nur ein einziger. Wer macht Jäger? Der darf. Ich nicht. Also ich hau ab. Also ich würde nochmal Jäger mal. Ich würde auch Jäger mal. Okay, dann macht Kuss. Zwei bloß. Ich bin Jäger. Ich war eben gejagt. Ich bin der Läufer. Also von daher. Bestätigt. Bestätigt. Okay, dann möchte ich gerne Go drücken. Achso, wird fortgesetzt. Kann man auch laufen oder muss ich irgendwo rein? Du willst Jäger machen oder was? Nee, ich will Läufer machen. Du musst aber Jäger. Du bist aber Jäger. Läufer. Nee, du musst dann auf Team wechseln oder sowas. Du musst beim Team wechseln rüber drücken mit der Cursor. Team anzählen da oben. Da steht Läufer oder Jäger. Schnell. 5 Sekunden noch. Nein, nicht bereit. Nell. Zu spät. Ich hab schon bereit geklickt. Sorry. Ist man da eigentlich wieder raus aus Bereitnehmer? Du musst einfach auf nicht bereit klicken. Ich konnte da auf jeden Fall auch nicht. Ist doch jetzt. Egal. Egal. Nicht so schlimm. Helm ist ja keine Bedrohung. Ich glaube, man kann auch Täuschkörper werfen. Aber bindet mich nicht drauf fest. Oh, ich nehme den Buggy hier nach uns. Den Jeep. Und dir ist sexy. Ich finde das lustig, dass die Läufer. Nichts in Schatz schreiben. Hä, ich bin Jäger? Ich dachte, ich bin Läufer. Ich bin doch auf Läufer gegangen. Wie sieht es mir die Kommentare aus, lieber Chris? Ich auch. Was? Hä, warum bin ich denn Jäger? Wie sieht es mir die Kommentare aus, lieber Chris? Noch nichts weiter. Nichts? So, dass der jetzt wieder läuft, wenn man neu aktualisiert. Okay. Besten, was hier vor mir? Ich bin das kein Geflüchtig. Wer ist das Weiße? Doch, wie komme ich jetzt so hoch, Leute? Also, ich muss die Nummer nach oben drücken, oder was? Nee, holen. Der Gabak steht nur im Weg. Wie schießt man? Kann ich nicht mit der Maus nach oben gehen, das ist voll komisch. Wie schießt man denn rum, wo gab es hier? Ach so, das muss Jörg, das Spiel zur Tastatur, muss man ja mal sagen, das ist. Nicht mit F. Das heißt, wie ging das nochmal? Wer bleibt denn da stehen? Ohpala. Möchte nicht schaden. Warte, wie schießt man nochmal? Oh, ich bin abgestürzt. Ich hab das noch nicht raus mit dem Fliegen. Ich glaube, mit so einem halben Fluss kann ich nicht fliegen. Mit Umschalt. Mit Space, sorry. Steuerung. Ah, okay, gut. Okay, und seid ihr so weit vorne, ey. Ich hab eine Scheiße, ey. Ich spiel's doch zum ersten Mal, das ist halt, ne? Kommt doch nochmal neues Flugzeug, oder muss ich jetzt hier warten? Am Flughafen passiert, die Partei gemacht, was du bist. Ach so, nee, ich glaube, das ist ja, kannst du nochmal, oder? Nee, nee, du hast du einreden, ne? Nee, ich bin nicht tot, das Flugzeug ist abgestürzt. Und ich lebe auch. Wir müssen das gleiche. Ach so, genau. Ach, ich kann nachher um ein Auto jagen. Ach so, mein Plan, du musst einfach, bist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch. Du kannst auch, du kannst auch einfach zu dem Punkt laufen, aber das wird bis zum Dauer. Mach das, das ist doch so ein Tag. Bei mir funktioniert es jetzt nicht. Ja, meine Hälfte ist schlecht. Ich bin vor allem, ich bin nicht abgehoben. Oh, da kommt ein Chat. Ich wollte gerade sagen, warum haben die Leute eigentlich Pistolen, eine Dekoration, oder so? Weil die dürfte ich ja nicht wehren. Weil es cooler aussehen. Also, ja, natürlich. Mit der Wasserpistole wegzunehmen. Oh, guck mal, ich hab eine. Oh, du brauchst das auch jedes Mal, du fliegst, öffnet sich das Handy. Also, wenn ich fliege, dann roll ich sonst, ich versuch mal zu erklären, wie man die Sache steht. Oh, ein Monsho-Operent. Dann drückst du die falsche Taste. Ich bin nach vorne, aber ich hab die extra eben umbelegt. Und trotzdem öffnet der Handy. Ja, du musst die Alte dann rausnehmen, ne? Sonst machst du halt beides. Ich bin voll gerade ausgerollt, gegen den Zaun geflogen und mein Flügel ist abgebrochen. Ja, das war gut. Good night. Ja, und jetzt renne ich hier auf dem Flugplatz rum ohne Auto, ohne alles. Im Hangar steht ein Auto. Alter, fliegt der nicht gegen mich? Im Hangar steht noch Jäger, oder was? Das ist die Frage, wo ein Hangar ist. Ich kann mal gleich was anderes machen. Danke. Liebe Zuschauer, über Kommentare würden wir uns natürlich sehr freuen. Was wollte ich sagen, ist jetzt überhaupt noch ein Jäger da? Wir müssen killen, blauen oder roten. Ja, ich. Also rot ist immer zum Erledigen da, blau ist nett. Blauer ist nett. Achso, ja gut. Alter, das war mega knapp. Ja, mit der Gaitling, ja. Läuft. Mit der Gaitling. Mit der Gaitling. Ich hab aber lange durchgehalten, glaube ich. Ich such grad einen Hangar für Survivalung hier. So, wenn sie Hangar-Gam starten. Unfassbar. Ja, Hangar-Gam. So. Chris ist da. Ja, wir waren es reingekommen. Ich bin reingekommen. Juhu. Was sind eigentlich die J-P-Punkte? Ja, Locke hat sich zu lange an mir aufhalten lassen, glaube ich. Ja, einer gegen vier ist übel. Oder fünf ist aber. Nee, vier. Vier waren es. Deswegen, die zwei Jäger müssen schon verdammt gut sein. Um die restlichen Jäger zu... Du warst der dritte, weil der erste hatte kein Bock. Und ist in den Baum reingeflogen. Was sind denn diese Jetpack-Points? Was bringen die? So, okay. Sag mal hier, was machen wir denn? Wir haben eine Mission. Eine Mission ist wieder bloß. Wir können ja mal ein Capture machen. Belagerungszustand ist witzig. Ich will irgendwas am Boden machen, bitte. Aber Belagerungszustand ist das das mit verteidigen? Ja, ja. Aber wir haben geblieben. Wir machen einfach mal Aktualisieren. Ja, gute Idee. Der Onkel hat Aktualisieren gedrückt. So. Was haben wir denn? Deathmatch. Oh, ich will eine Achterbahn fahren. Was ist das da hinten? Deathmatch? Ja, zack. Deathmatch. Ich bin mal ein Deathmatch. Jawohl. Achso, hat überhaupt jemand einen Timer an? Ich habe schon wieder meinen vergessen. Ich ver... Irgendwie vergesse ich meinen Timer. Ja. Also ich zumindest. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Okay. Anzahl der Teams zwei. Dieses Deathmatch auf dem Del Piero Pier bietet Spaß und Freude für die ganze Gang. Kämpft auf dem Parkplatz in den übersteuerten... Nee. Übersteuerten. Und am Rumpflatz wird sein. Ach, Rivano. Funktioniert am besten mit Teams. Und Rivano, halt's Maul. Der ist so laut. Gar nicht. Ich habe mich schon eine halbe Stunde weggedreht. Was soll ich machen? Soll ich nur feste Waffen nehmen? Ja, bitte. Kann man sich denn eine halbe Stunde wegdrehen? Was heißt denn nur feste Waffen? Na, dann haben aber jeder dieselbe Waffe. Du kannst keine Waffe nehmen. Dann renne ich mit einem Panzerfaust rum. Aber dann haben wir ja die ganze Zeit die Billigknarre. Aber alle Pistolen. Alle Pistolen. Da kommt das aber auf Skills an. Nur Pistolen. Nur Pistolen. Ja, wir nehmen die harten Waffen. Ich kann, wie gesagt, ich kann gerne machen. Nee, lass doch so. Das hat man aber halt AK. Du hast noch 30 Sekunden. Dein Billigknarre. Ja. Ich hätte gerne die zirbende Grille hätte ich gerne. Doch, warte mal. Ja, ist klar. Mit wem bin ich denn im Team? Mit dem Gabax und dem Kuss? Ich balle euch alle weg. Da steht verfügbares Geld. Also ich setze auf uns. Also ich setze mal auf uns. Ich denke mal, wir werden schon reisen. Ja, denn. Bei wem bin ich denn im Team? Du bist drüben bei den anderen. Richtig knack. Achso, Papa Helm ist bei mir. Boah, ich glaube, ich spiele das jetzt. Man kann ja hier umswitchen einfach, oder? Ah, jetzt habe ich... Okay. Das ist einfach Maustaste und laufen ist ja A, B, A, S, D und so. Ja, B, S, D, genau. Ich mache das jetzt auch mit Maustastatur. Ja. 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 Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Oh, Elsa. Wo liegen denn? Achso, das sind aber nur Pistolen, die hier rumflattern. Was? Auch was? Ach, cool. 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 Ich habe jetzt gedacht, uh, ist ja ein bisschen krampfhaft, oder? Wäre die irgendwie böse angezeigt? Ich glaube, die wären rot angezeigt. Ja, ich sehe schon. Dann rennt so ein kleines Onkel. Oh, ich wurde erschossen. Schweinehund. Cyber acid. Ja. Umge-abgemurkst. Warum kann ich denn nicht? Wann komme ich wieder rein? Uiuiui. Oh, zu. Au. Von hinten. Ein Headshot. Jetzt. Oh, Alter. Ich will in den scheiß Ego-Shooter-Modus. Ah ja, V drücken. Hallo, Party. Oh. Geht gar nicht, ne? Doch. Piep. Krampfhaft ging es. Ejo, hat der Ego-Shooter. Wie geil es die Idee ist. Ego-Shooter. Aha. Linge-linge-ling. Hehehe. Da versteckt sich jemand. Oh, ich bin ja übelster, übelster Schütze hier. Ejahleul. Hehehe. Ich treffe alles, nur nicht den Chris. Warum quietscht denn du hier zu, Rivano? Das ist ja mega. Rivano, halt's Maul. Gar nicht. Ich wurde erschossen. Bam, double kill. Rivano. Double kill. Ich hab mich ja geknallt, Mann. Rivano? Das ist so aus jetzt. Ja. Halt's Maul. Oh, ein Bett-Titter. Mann, ich muss nachladen. Nein. Ich muss töten. Nachgeladen. Hat einer gerade so überlebt. Dann hat er mir einfach mal eine reingehauen. Der Helm. Na sicher. Hehehe. Nein. Ist das nicht. Boah. Oh. Wie kann man das denn machen? Wie kann man sich denn da rollen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwie was gedrückt, dann konnte ich rollen. Wie ist rollen? Ah, ihr hattet keine Ahnung. Level 78, ihr hattet keine Ahnung. Oh, Mann. Ich frag mich, ob ihr irgendwie unverwundet seid. Das ist nur Geld. Warte mal. Und zwar hab ich das gemacht mit R, glaub ich. Das bleibt doch mal stehen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt grad am Tusten, ich muss das machen. Aber diese Unschärfe hier. Gibt's hier Amor aufzusammeln? Nein, nachladen. Amor? Weg. Der Engel? Kann man diese Unschärfe wegkriegen? Ach, mit Leertaste, glaub ich, ist das nicht mehr. Yeah. Oh Gott, lass dich da gehen. Boah, was macht der denn? Der rennt automatisch weg. Ah, ich hab keinen. Boah, Alter. Scheiße. Ah, ihr findet man ja, ihr findet jemanden ja Muni und. Ja, Muni und Russi findest du. Alter, ich werd hier gleich echt zum Gabax, ey. Ich brauch einen Diebel. Ich fühl mich so unwohl hier. Oh, ne Warf, vielleicht hab keine Muni. Zwei Leute gegen mich. Boah, fuck. Ja, aber wisst ihr, ob man diese Unschärfe wegkriegt? Der hat immer so ne Unschärfe, so verschwommen und dann... Das ist nur, wenn du einen Killstreak hast, oder wenn du zuerst getötet wurst. Das ist normal bei dem Spiel. Oh, Munition, sonst steig ich hier. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. So, ich hab wieder einen Monox. Ich treffe hier. Wer ist das? Ja, ja, Gabax, komm her, du. Komm her, du. Nein. Fettum. Ganz knapp. Wer ist das? Was ist denn normal? Dig mal ein Dimension. Shit, ich hab keine Rie. Alter, ich raste hier gleich echt aus, ey. Ich hab keine Munition mehr. Auch hier war noch Heulnet. Ging mir genauso. V-Munition. Schau mal die Gesichtstumstellen. Aber ich muss schon sagen, die V ist echt. V gedrückt halten. Oder V ein paar Mal drücken. Mit G-Punkt. Ja, schlagt euch. Ich hab so einen Headshot. Boah, du Drecksack. Durch die Scheibe, ey. In dein Kopf. Mann. Ja, ich wollte ja nur, dass du mich tötest. Boah, Alter, da war ja einer hinter mir. Warum sagst du das gar nicht? Boah, Alter. Headshot. Gabax, guckt mich an. Keeserie. Ich hab noch keinen gekillt. Das ist echt richtig. Boah, Alter, ihr seid jetzt zweit hier. Kann man sich doch irgendwie ducken oder so? Das ist ja gruselig hier. Ja, mit Kuh. Geh weg. Oder besser gesagt, du kannst schleichen. Oh, ich wollte mich gerade hinlegen. Ach, Chris, hallo. Na hinlegen, ganz schlecht. Wow. Das ist King Call of Duty. Da versteckt sich jemand. Töte ihn. Töte, helf. Sehr gut. Was sterben ist das hier? Das mit dem Umschalten klappt überhaupt nicht. Aber ihr seid ja auch zu viert. Ja, genau, das ist gut. Headshot von hinten. That's what she said. V festhalten bringt gar nichts. Dabei ist das auch so Schaum. Was ist das denn Schaum? Träfter mal drücken. Also nach drei Mal. Der hat drei verschiedene Einstellungen. Ich verstehe das nicht. Ich ziehe voll drauf, aber du verlierst gar keinen Lins. Du drifst bloß nicht. Das ist... Doch, ich sieh's ja. Das Blut spritzt nur durch den Bildschirm. Da drückst du aber kein V. Fuck, man, die Waffen. Das ist so eine Kacke. Boah, Alter. Den Onkel ein bisschen angezappelt, aber irgendwie rennt er immer noch. Nein, du hast mir grad die Munition klaut. Fuck. Und schlag ihn einfach. Schlag ihn. Ja, ich hab einen getötet. Das war ne ich. Boah, du bist doch schon tot, Mann. Fuck. Ah, ich komm hier nicht durch. Hase. Ah. Ich hab einen getötet. Ich hab meine Ehre erreicht. Nein. Scheiße, ich hänge am Baum fest. Du bist schon wieder tot, Rivano. Ja, danke schön. Vano, du bist tot. Ja, ich komm wieder. Boah, ich krieg 1,5 Prozent. Oh, lol. Von hinten. Shit. Was? Was? Hinten? Was? Ja, ich wurde von hinten, äh, Kopf geschossen. Auah. Ich fett's. Weg. Oh, das ist ein starkes Spiel. Nein. Wie lange geht das jetzt noch? Ach, da unten. Neun Minuten. Ja, das ist die Zeit. Junge. Oder halt ab einer bestimmten Killzierung. Hey, gibst du das? Schön von der Seite. Sehr gut. Ist aber keine Muni mehr. Was? Ich auch nicht. Oh, der Wichser. Oh, Nox, die wäre fast tot gewesen. Der hat sich ein Mady-Pack geholt. Ich hab eine halbe... Oh, du Dreck sah. Headshot. Ah, ja. Ist doch okay. Herzlich willkommen im Party-Porno. Oh Gott. Oh. Ich wette gleich zum Elch, äh. Ja, wachse, wachse. Hey. 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 Nox, du schießt die Seite. Vorsicht, Vorsicht, da ist... Onkel Hitterhauts ist jemand. Gegenüber. Jo, schon gerade gemerkt. Nee, Pax! Ja, wir haben nur hier. Ja, wir haben nur hier. Verlierer, sehr schön. Sehr schön. Oh, ich hab mindestens fünf Kills durch Kopfschüsse. Oh, das ist Dome. Oh, was für Money. Wow, ich hab reingekillt. Das ist ein entscheidenderer Sieg gewesen jetzt. Das Match ist schon lustig, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man eigentlich nochmal machen. Gibt ja noch mehr Maps. Was sagt die Zeit, meine Damen und Herren? 21 Minuten. Okay, dann schließen wir hier den Part ab. Ja. Jo, okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, alle unten verlinken in der Videobeschreibung. Guckt da auch mal drauf. Und wir sehen uns dann. Tschüss! Tschau! Tschüss! Tschüss!